Hallo Leute, weiter geht's bei Yooka-Lay-Li! Ich möchte jetzt gerne mal hier oben ein bisschen mich umsehen. Da, da ist der Energiekern! Super! Perfekt! Der Energiekern, der gehört mir! Hallo, ich bin's, Monakyl, zurück mich zu Dr. Puff für eine kurie Überraschung. Cool, haben wir das Ding auch? Was ist da drüben? Moment, was ist jetzt los? Da drüben, wie komme ich da ran? Bestimmt mit dem Verwandlungsdingens. Ich habe keinen Fallschaden genommen. Cool. Okay, du, 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 Dr. Puss, du. Ich habe, was du brauchst. Wir sind bereit, Doc. Schmeiß die Marine, äh, die Maschine an, meine ich. Das ist fantastisch. Stellt euch einfach da drüben vor meinen, den Arthur. Bist du sicher, Yuka? Ich will nicht auf einen Sushi-Teller enden, okay? Okay. Ja, wir, ja, lassen es mal geschehen. Was? Stell dich auf die Plattform und drücke X. Okay. Ich frage mich, mit wem du in deiner neuen Form unterhalten könntest. Okay, wir versuchen es. Los geht's. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja, bin ich. Ich werde eine Blume, oder? Was, Krake, Krakelei, okay? Ach du meine Güte, das ist kein T-Rex. Nun ja, du kannst jede Zeit viel drücken, um mit deinem Pflanzenspray zu schießen. Das wird sicher, äh, noch gut sein. Oh, hey, ist das eine Schnittchen, hm? Komm her, und widme mir etwas Aufmerksamkeit, hm? Oh Gott, spitze Pflanzen. Ach du Scheiße. Oh, und Yuka ist da, die, die, das Ding in der Mitte. Wie geil. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das ist so komisch. Hihihi, ist das geil. Okay, hallo Blume. Was ist los mit dir, hä? Oh, hey, Schöner. Das habe ich hier noch nie gesehen. Meine Narrenpflanzenschwestern könnten eine schnittige Flora mit dich in ihrem Leben gebrauchen. Ich sag dir was. Wenn du meinen Schwestern beim Wachsen hilfst, belohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Was sagst du, hä? Ja, klar. Okay, hier. Wow, die wird riesig. Okay, jetzt muss ich nur noch wieder alle finden. Dann haben wir zwei. Da oben ist Nummer drei, haben wir gesehen. Da ist Nummer vier. Boing, boing, boing. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, von hier vielleicht. Shit, schaffe ich das? Schaffe ich. Super. Ähm, ist jetzt vielleicht gar nicht mal so gut, dass ich da nicht hochkomme. Lass mich raten. Ich muss zuerst als Juka dieses Ding wieder kaputt machen. Habe ich die Welt verlassen oder warum ist das nicht mehr kaputt? Aber mutuell, weil ich ein Leben verloren habe. Okay, wir werden uns mal kurz zurück verwandeln. Sollte ich bereits eine Transformation? Ja. Habe ich es nicht von Anfang an gesagt, dass man sich verwandeln kann? Habe ich es nicht von Anfang an gesagt? Um mit diesem Dummen zu reden? So, okay. Unter uns haben wir hier eine. Äh, da fehlt aber noch was. Da fehlt aber noch was. Komisch. Egal, wir werden kurz die andere Blume noch zum Wachsen bringen. Aber eine fehlt mir noch. Ich weiß, dass ich irgendwo mal welche gesehen habe. Ein bisschen abseits von hier. Am Anfang der Stage kann das sein. Okay, so bin ich schneller, wenn ich einfach nur mich fortbewege, ohne zu springen. Aber auch die Sache wesentlich angenehmer. Geh da hoch, bitte. Geh da hoch, bitte. So, von hier aus klappt das hier. Super. Jetzt fehlt nur noch eine. Wo könnte die sein? Wo könnte die sein? Das ist jetzt eine gute Frage. Nächste Frage. Shit. Die haben jetzt eben auch keinen Bock hier so als Blumen herzulaufen. Ich glaube, ich suche das wirklich weiterhin aus Yuka. Ansonsten dauert das, wie gesagt, zu lange. Vielleicht finde ich ja unterwegs noch irgendwas anderes. Okay, okay. Augen offen halten. Oh, könnte das gewesen sein. Und auch hier komme ich jetzt weiter. Mit diesem Sonarteil. Wow. Fuck. Nein, jetzt bin ich da zu einem Abgrund gestanden. Shit. Sag jetzt nur nicht, dass ich die ganzen Blumen und so weiter wieder gießen muss. Also hier war die Blumen auf jeden Fall nichts. Irgendwo am Anfang, dachte ich mir. Ich dachte, ich dachte, irgendwo am Anfang war die. Bloß wo? Wo war die? Hier hinten irgendwo? Irgendwie nicht. Mein Gott. Sonarteil ist nicht gerade leicht zu bedienen. Wow. Hey, Typ. Ich war nicht so schnell. Was? Ah, da drüben. Beinahe nicht gesehen. Ich dachte schon. Hä? Spiel, was willst du jetzt von mir? Hä? Schmetterlinge. Dann bist du hier. Ja. Kann ich hier rüber? Muss ich verliehen. Hä? Wo kann ich jetzt draufstehen? Hier. Dann drüber. Und dann hier. Muss ich den wirklich nur aufwecken. Tatsache. Yes. Wow. Ihr macht das prima. So werden wir das Einbuch im Nullkommanix wieder beisammen haben. Ja, das klingt jetzt super. Nicht vergessen, ihr könnt Welten erweitern. Wenn ihr zum Großwälzer-Eingang zurückkehrt. Da war noch eine Blume. Ähm. An Anfang und dann links. Und das machen wir jetzt kurz. Aber es ist jetzt vielleicht für nix ist. Ich muss ja irgendwie mal etwas beenden können, nicht wahr? Gott, ist das ein weiter Weg. Da vorne ist dieses Gerät. Was? Ja, ja. Ich weiss. Ich weiss. Danke. Das hatte ich vor. Das hatte ich vor. Die Blumen da oben sind alle noch gross. Okay. Reden wir noch mit der anderen Blume. Eine fehlt. Aber wo könnte die sein? Ja. 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 Ich sollte mich ein bisschen vorgegern fernhalten. Kann das sein? Ich denke, ja. Da oben sind noch überall Federn. Habt ihr gesehen? Ähm. Ah, hier drin muss ich den anderen Geist noch finden. Genau. Ah, das kann ich jetzt ganz bestimmt mit diesem Sonarangriff. Oder mit den Eiseiern. Super. So, da bist du. Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon. Aber die Ranke hat mir erzählt, dass unter dem Eingang zu dieser Welt ein Geist versteckt ist. Und diese Ranke ist echt vertrauenswürdig. Ja, super. Das weiß ich doch. Das müsste ich bereits. Ich glaub, das bringt mir nix, oder? Wenn ich als Blume da hingehe. Hm. Da oben ist auch noch eine Feder. Ja, ist jetzt... Hallo! Oh, hallo! Ich komme erst... Nee, ich komme nicht das Blume da hoch. Aha! 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 Das war gut versteckt. Hab ich es vorhin gar nicht gesehen. Hier, nach diesem Durchgang werden wir uns natürlich gleich auch ansehen. Oh, so viel Zeugs auf einmal. So. Ja, ja, ja. Bereit. Und weg. Haha. Oh, die Transformation war echt super. Okay, gehen wir mal da hinten lang. Ohne die Feder hätte ich das jetzt gar nicht gesehen, vermutlich. Rollen wir mal hier hoch. Da ist nix. Warum ist da nix? Gehen wir halt hier hoch. Moment mal, ich komme nicht mal da hoch. Das ist ein Schalter. Da oben ist noch eine Feder. Ganz viele Federn. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Fuck! Das war jetzt nicht ganz so gut, glaube ich. Wo war der Eingang? Da vorne. Und ich kann jetzt hier durch. Oh, cool! Na, 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 na. Ohne runterzufallen hier. Die hier auch noch. Super. 200 gibt es. Das sind halt schon sehr viele. Das sind noch viel mehr da oben. Was ist das hier für ein Schalter? Ups. Bestimmt mit Zeit. Oh, noch schlimmer. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir versuchen das Ganze zuerst ohne... ...ohne Schalter. War da was? Ich dachte, wäre auch ein Dingens gewesen. Nein! Oh, pfff. Ich möchte die Feder haben zuerst, ne? Dann kenne ich den Weg auch ein bisschen besser. Das war nicht gut. Ohne Geschwindigkeit, die Steuerung ist ein bisschen seltsam, so. So, und springen! Sehr gut. Okay, und dann... ...nehmen wir das. Shit. Nein! Es klappt nicht ganz so, wie ihr wollt. Ich bin doch nicht so... ...geübt an, mich so vorzubewegen. Versteht ihr? Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Ja, kommt nicht mal, das schaffst du. So ein bisschen, ne? Ja, wir suchen es einfach nochmal. Das möchte ich jetzt hinkriegen. Ja, ja, das öffnet das Teil da. Weiß ich doch. Und dann... Ich darf nicht stoppen. Ich darf halt echt nicht stoppen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ha. Ich muss es wirklich quasi in einem Ding schaffen. Ja. Okay. Und, lieber da. Na, also. Geht doch. So, jetzt fehlen mir noch diese Feder da. Und auch die gehört mir. Gut, hätten wir das auch gemacht. Was wollte ich denn jetzt vorhin noch tun? Weiß ich nicht mehr. Oh, so viele Dinge, die ich tun möchte. Ja, etwas weiss ich noch. Was? Prima, du hast ein neues Symbolikum freigeschaltet. Cool. Da vorne ist noch eine Blume. Und Federn. Seht euch das an. Die geben mir bestimmt einfach nur Tipps, diese Blumen. Wo ich die Geister finden kann. Vielleicht brauche ich die Tipps dann auch mal noch. Aber noch nicht jetzt. Wo möchte ich jetzt hin? Bin ich mir selber noch nicht so ganz im Klaren. Ist doch wahr. In den Dschungel würde ich dann gerne als nächstes nochmal gehen. Und versuchen den anderen... Das sieht so verdächtig aus hier. Ne, den anderen Geist. Ob ich den irgendwie kriege. Oder da, diese ganzen Plattformen hier. Ah, da war ich. Okay. Wo war jetzt dieser Dschungel? Wo war dieser Dschungel? Da vorne links, oder? Ich denke, ja. Ja, hier war das Ding. Wunderbar. Okay. Ich frage mich jetzt nur, wie ich so nah genug an diesen Geist rankommen soll. Äh, das war die falsche Taste. Au. Ich hab doch die Taste gedrückt. Äh, den hab ich gar nicht gesehen, der hat sich da unten versteckt. Sagst du mir doch mal was? Nam, 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 nam. Ja, gut, das haben wir schon mal gehört. Ja, ja, ja. Ich kann das nicht abbrechen. Ja, 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 ja. Ich hab schon... ...deine Ritterkameraden gefunden. Ich find die blöde, dass ich das nicht abbrechen kann. Ja, ja, wir helfen dir. Aber ich bin doch bereits auf der Suche nach ihnen. Ja, 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 ja. So. Wo ist jetzt dieser verpackte Geist? Wie gesagt, entweder muss ich ihn mit... ...Dingens treffen. Oder mit Sonar. Ich renne mal mit Sonar auf ihn zu. Ha! Hat geklappt mit Sonar. Perfekt. Gut, hätten wir das auch. Äh, dann fehlt aber doch noch einiges. Moment, wir sehen mal kurz nach. Ähm, nee, nicht hier. Sondern hier. 15 Pages fehlen noch. Oh Gott. 84 Federn. Ein Schmetterlingsteil. Und ein Energieteil. Und ein roter Geist. Ich denke mal, das finde ich beides. Beides? Wie komme ich jetzt da hin? Vom Dino aus. Vom Dino aus. Wo war der Dino? Da, wo ich vor kurzem runtergefallen bin. Das war hier, genau. Wie mache ich diesen Typ da oben platt? Der war ziemlich scheiße. Ich bin auch mit Sonar. Oh, nicht runterfallen. Danke. Ja, das war, das war super. Okay, jetzt kann ich auf diesen Modus wechseln hier. Ha! Geht doch. Nein, nicht runterfallen. Ich wollte ihn mit Sonar erledigen. Warum klappt das nicht? Wo bin ich jetzt runtergefallen? Wo bin ich jetzt runtergefallen? Ich weiß es doch nicht. Leute, wisst ihr was? Das war's für heute mit Yuka Laili. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder dort, wo ich gerade runtergefallen bin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Tschüss.